Wir sind der FC Viktoria 1889 Berlin. Wir sind Meister in der Regionalliga Nord-Ost geworden und wir konnten den Berliner Pokal gewinnen. Viktoria Berlin ist eine super Fußballmannschaft, ehrgeiziges Team, ambitioniert. Wir haben das Ziel, in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Es ist eine gute Mischung aus jungen Spielerinnen und älteren Erfahrene, die dabei sind. Wir haben unter anderem die Because Stiftung ins Leben gerufen, wo wir mittlerweile tolle Projekte unterstützen, wie die Hava Girls, wie Discover Football, auch unsere eigene Mädchenabteilung. Also auch außerhalb des Platzes einfach Dinge anschieben und verändern wollen und eine Community bilden wollen. Ich glaube, dass wir mit Viktoria einen besonderen einzigartigen Weg gerade gehen. Die Reise hat begonnen. Es gibt die zwei Seiten. Das eine, man kann für sportlichen Erfolg abstimmen, wegen der Regionalliga Meisterschaft, wegen des Berlin Pokals. Man kann aber auch für die Sache an sich, was wir anstoßen wollen, wofür wir stehen, mit all den Gründen abstimmen und einfach auch ein Zeichen für Frauensport in der Stadt, aber auch drüber hinaus setzen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.